Willkommen in der Seniorenresidenz SunSprings. Genießen Sie in Ruhe den Ruhestand. Was führt Sie nach SunSprings? Ach, ich bin ja zum Sterben hier. Hey! Ich hatte gehofft, Sie wären ein Mann. Hier gibt's ohnehin zu wenig Erektionen in der Gegend. Was ist das? Du warst Schia-Leader? Ich musste aufhören. Vielleicht solltest du es nochmal versuchen. Zeigen Sie mal was. Ich wollte offengestanden immer Cheerleaderin sein. Ich hab meinen Mann gefragt. Was hat er gesagt? Nur über meine Leiche. Das ging schnell. Wir sehen uns beim Training. Ein Wettbewerb, sagst du? Wir könnten etwas Hilfe brauchen. Wir wollen dich als Choreografin. Die älteste Kategorie ist 18+. Wir sind doch 18+. 18 plus 50. Du bist jetzt eine von uns. Nur mit strafferen Möps. Hals- und Hüftbruch. Werd schwanger. Mit niemandem würde ich lieber auftreten. Wenn ich springe, wird mir schwindig. Ich hab ne Knieprothese. Hab ich erwähnt, dass ich Chlamydien hatte? Ja, hast du neben einer schockierenden Menge anderer Informationen. Werdig. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017